Guten Tag, hier ist Dietmar Friedhoff, Bundestagsabgeordneter aus Niedersachsen. Heute Gedanken zu 30 Jahre Mauerfall. Mauern engen ein, Mauern können schützen, Mauern bedrücken. Mauern können beschirmen, Mauern grenzen ab. Mauern grenzen ein. Muss man Mauern bauen? Innere Mauern können schützen. Wem jedoch sollen innere Mauern nützen? Mauern, liebe Leute, taugen nur dann, wenn man selbst bestimmt, wann man sie öffnen kann. Der 9.11.1989 ist für unsere Heimat, für unser Land ein Geschenk an die Freiheit, an die Einheit und die Einigkeit, die wir befürchteten, verloren zu haben. Heute vor 30 Jahren fand ein Volk wieder zusammen. Nicht, weil es die Politiker wollten, sondern weil es das Volk so gemacht hat. Das eben ist der Unterschied zwischen Können, Wollen und Machen. Es verlief friedlich. Es war im wahrsten Sinne des Wortes entwaffnend. Es war mutig. Deswegen gehört die Welt auch dem Mutigen und nicht den Angepassten. Beleuchten wir einmal genau das. Angepasst sein. Mitschwimmen. Eingetaucht und Uniform sein. Hier gibt es zwischen beiden Unrechtsregimen Deutschland, den Nazi und dem Stasi-Regime doch einige Parallelen. Es ist die Drangsalierung und die Angst, die diese Staaten einsetzten, um ihr Volk zu führen. Dazu kam die eigene Überhöhung. Geschickt eingeführt, um die Menschen zu lenken. Und in all dem fühlte man sich dann auch wohl, weil trotz allem das Miteinander der Menschen eben vom Meer miteinander geprägt war. Und dort gab es sie eben. Die Mutigen. Die Menschen, die sich widersetzen, um frei zu sein. Die Unrecht erkannten und benannten. Diese wurden dann in Gefängnisse gesteckt. Sie wurden gebrochen. Es waren die Unbequemen, die Unbeugsamen, die politischen Gegner. Und die Masse? Sie schwieg dazu. Sie bejubelte Fadenschwenken in Uniform, die politische Führung. Können wir es dem Menschen verdenken? Ist Angepasstheit und Schweigen nicht die beste Möglichkeit, bequem durchs Leben zu kommen? Ist es nicht schöner, auf andere zeigen zu können? Zu zeigen, dass man dazugehört zu der Masse? Gehirn abschalten kann doch so schön sein. Wer nicht nachdenkt, hat eben weniger Probleme. Können wir deswegen über die Menschen richten, die sich nicht widersetzen? Können wir das wirklich? Wie hätten wir uns verhalten? Deswegen richten wir nicht, sondern wir sollten es stets berücksichtigen, wenn wir uns wundern, warum die Menschen nicht mutig sind. Wie ist es heute, 30 Jahre, das Verhalten der Menschen in unserer geeinten Nation? Wir sollten bedenken, an dem Tag, als Steine fielen, fiel ein Bauwerk, aber mitnichten die Grenzen, die Mauern in den Köpfen der Menschen. 30 Jahre nach der friedlichen Demonstration ist unsere Heimat dabei, seine Freiheit, seine Einheit und eben auch seine Einigkeit zu verlieren. Es wird öffentlich vom Bundesverfassungsschutz nach Personen gesucht, die andere, wenn sie politisch auffällig sind, melden. Hatten wir doch schon, oder? Menschen, die gegen den grünen Sozialismus sind, werden zu Klimaleugnern, zu Rechten, zu Klimaschädlingen. Was macht man übrigens mit Schädlingen? Mit Menschen, die man beobachten muss? Mit Menschen, bei denen man nicht kauft, mit denen man nichts zu tun haben möchte, die man nicht mehr bedient? Hatten wir doch schon, oder? Und die Masse, sie schweigt mal wieder. Lässt sich vom kommenden Ökosozialismus, vom kommenden Ökokommunismus manipulieren und aussaugen. Mitmachen ist doch super. Man gehört automatisch zu den Guten. Zehntausende auf den Straßen, Faden schwenken und singt, um sich selbst aufzulösen. Hatten wir alles schon. Eine deutsche Tugend? Vermutlich von Napoleon stammten folgende Worte über uns Deutsche. Es gibt kein gutmütigeres Volk als das Deutsche. Zwiespalt brauchte ich unter ihnen nie zu sehen. Ich brauchte nur meine Netze auszuspannen, da liefen sie wie ein scheues Wild hinein. Untereinander haben sie sich gewürgt und meinten damit ihre Pflicht zu tun. Törichter ist kein anderes Volk auf der Erde. Keine Lüge kann grob genug ersonnen werden, die Deutschen glauben sie. Um eine Parole, die man ihnen gab, verfolgten sie ihre eigenen Landsleute mit größerer Erbitterung als ihre wahren Feinde. Ich möchte hier nochmal an den Mut der Menschen erinnern, die sich einem Unrechtsregime, in einem Drangsalierungs- und Überwachungsstaat, einem Staat, der auch vom Mord nicht zurückschreckte, trotz aller Gefahren auf die Straße wagten, Gesicht zeigten und so die Bewegung zu einer Lawine der Veränderung in ganz Europa machten. Diese Bewegung beendete die Zeiten des Kommunismus in Europa. Es ist dieses Unbeschreibliche, was wir niemals vergessen dürfen und das uns immer Hoffnung geben sollte. Wir, die wir heute hier sind, sind auch eine Bürgerbewegung. Menschen, die wieder aufstehen, um zu zeigen, dass wir wach sind und sehen, wohin der derzeitige soziale Kurs in Gesellschaft und Politik geht. Deswegen sind wir in guter Tradition vermutlich sogar Bürgerrechtler. Lass uns mutig sein, damit 30 Jahre nach dem deutschen Wunder es nicht zu einer Verwunderung kommt, die unsere ganze Nation eindeutig zum Schlechten verändern würde. Ich möchte nochmal an dieser Stelle ganz besonders den Menschen im Osten danken für ihr Mut, den sie sich zum Glück bis heute erhalten haben. Dankeschön. мерchf Untertitelung des ZDF, 2020